2. Tag Maria, die erste Jüngerin des Herrn Selig bist du, Jungfrau Maria, du hast die Botschaft des Engels empfangen und bist Mutter des göttlichen Wortes geworden. Selig bist du, du hast schweigend die himmlischen Worte erwogen und bist Jüngerin des göttlichen Wortes geworden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Maria, du Mutter und Königin des Karmel, bitte für uns, fünf Minuten stelle den Anliegen der Herren. und in der Stunde unseres Absterbens. 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 in der Stunde unseres Absterbens. und in der Stunde unseres Absterbens. Vielen Dank. 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 Zeige uns, Jesus, die gebeneite Frucht deines Leibes. O gütige, O gütige, O mülde, O süße Jungfrau, bitte für uns auf das Glückwerden der Verheißung des Christes. Gelobt sei Jesus, in Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Amen. uns allen deinen Segen gib.